Guten Morgen, hier ist wieder der fröhliche Wecker, der Muntermacher. Und da habe ich eine Frage an dich und die muss ich ganz, ganz ehrlich beantworten. Willst du Körper gegen Körper passen? Atem spüren? Gerüche wahrnehmen? Verschiedene Stellungen? Hinein, hinaus, von vorn und hinten? Und wenn du jetzt alles mit Ja beantwortest hast, dann gehöre. Dann hör mal genau zu. Dann musst du mit dem Bus fahren, da hast du das alles. Ich wünsch dir eine schöne Tache.